Wir sind hier beim Top-Modell der 7er Serie BKS 795, curved, Ultra HD TV, auch Ultra HD Premium zertifiziert bzw. wird diese bekommen, auch mit 1000 Nits Helligkeit, gibt es in Größen von 43 bis 65 Zoll. Aber hier kann man schon erkennen, also im Vergleich, also wir haben jetzt hier quasi die Top-Serie 9,590, dann haben wir die KS 9090 und die 9,590, dass hier von dem Kontrast her es schon ein bisschen weniger wird, aber trotzdem noch die Farben sind kräftig. Aber hier, wie gesagt, man müsste einen direkten Vergleich haben, man ist immer noch ein beeindruckendes Bild, aber man bräuchte den direkten Vergleich, um zu sehen, wie viel besser das noch sein kann. Also hier sind die Bilder dann doch immer ein bisschen dunkler, aber trotzdem Spitzenhelligkeit von 1000 Nits. Auch hier wieder ein ganz schmaler, ganz schlanker Rahmen, aber die Standfüße nicht mehr in diesem V-Shape, sondern immer noch im V-Shape, aber diesmal an der Seite. Auch hier ab der 7er Serie diese kleine One Connect Box Mini, diese neue kleine One Connect Box Mini, wo er zum Beispiel je nach Ausstattung hier zwei Satellitenanschlüsse hat und vier HDMI-Anschlüsse, zwei USB, einen digitalen, nennen optischen Audio-Ausgang und das war es dann eigentlich schon fast gewesen. Und dann noch einen Antennenanschluss. Ja, mehr Informationen auf der Kaffee mit dir auf unserer YouTube-Seite oder auf unserer Facebook-Seite.